Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon... Hä? Was? Minecraft... Skyblock. Heute mal alleine. Ich hab drei Dinge jetzt anzusprechen. Vor dem Part. Oder während des Parts. Erstens, wundert euch nicht. Ich bin todesmüde. Hab auch eigentlich keinen Bock mehr aufzunehmen, weil ich eigentlich nur ins Bett will. Aber die Pflicht sagt, Maxi, du musst aufnehmen, denn du musst morgen dein Video bringen. Und das muss ich auch wirklich. Und da ich die letzten Tage keine Zeit hatte aufzunehmen, muss ich das jetzt machen. Um 10 nach 4. Nachts. Allgemein bin ich so um die Uhrzeit noch wach und geh jetzt gleich erst schlafen. Werd gerade erst so langsam an, so müde. Aber das Ding ist, ähm... Ja, ich bin jetzt schon seit ein bisschen länger wach. Und ich bin einfach todesmüde. Ich bin um 6 heute Morgen aufgestanden. Warum werdet ihr einen Vlog erfahren, der heute 16.30 Uhr online kommt? Ja. Ich bin tot. Eigentlich. Aber ich muss den Markt noch bringen. Wie gesagt, ich will das Video heute noch online kriegen. Pflicht und so, ne? Des Weiteren ja heute alleine, weil Flo ist halt schon lange pennen. Der ist halt schon pennen. Macht schon Sinn. Der war jetzt, glaube ich, auch schon... Der hat von gestern auf heute nicht gepennt. Äh, von vorgestern. Also für euch. Von vorgestern auf gestern. Nicht gepennt, weil er nicht pennen konnte. Und ist dann halt auch mit uns den ganzen Tag unterwegs gewesen. Und war halt todesmüde und ist dann auch ins Bett gegangen. Konnte ich auch verstehen. Hab ich gesagt, komm, nehme ich die Folge allein auf. Ist hoffentlich nicht so schlimm. Stört ja hoffentlich mal nicht. Ist jetzt auch nur eine... Rechte langweilige Folge. Denn wir wollen... Die... Kobish-Soon-Farm etwas umdeponieren. Damit wir Schneemänner bauen können. Damit die nicht ins Wasser rennen. So. Was waren die zwei Punkte? Der dritte Punkt ist... Es laggt gerade ein wenig. Ich weiß nicht warum. Hm. Vielleicht weiß ich tausend andere... Moment. 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 So. Ich hoffe... Ja. Ja. Dann noch... Äh. Genau. Der nächste Punkt ist, dass das Video auf jeden Fall ein bisschen kürzer sein wird. Weil ich definitiv ins Bett will. Ich müsste eigentlich auch Mystery Dungeon noch aufnehmen. Aber das mache ich morgen. Ich stehe einfach ein bisschen früher auf als sonst. Also nicht... Naja gut. So viel früher werde ich auch nicht aufstehen. Ich werde halt dann rechtzeitig aufstehen. Sodass ich ihn auch aufnehmen kann. Nur rendern kann. Nur hochladen kann. Und gut ist... Ähm... Deswegen wird der Party auch so 15 Minuten oder so. Je nachdem wie lange ich mit der Cobblestone fahren brauche. Je nachdem wie lange ich Lust habe. Viertelstunde auf jeden Fall. Vielleicht noch 20 Minuten. Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Habe ich... Wieso habe ich einen Screenshot gemacht? Ich habe Frame-Einbrüche. Aber alter. Mega die Frame-Drops. What the fuck? Okay. Egal. Ich glaube ich bilde mir gerade ein, dass Leute in unserer Wohnung... Also hier reden. Ich höre hier sprechende Menschen. Aber es macht keinen Sinn. Denn alle schlafen. Okay. Ich sollte echt schlafen gehen nach dem Part auf jeden Fall. Moment. Alter. Creepy. Übel creepy. Ähm. Ja. Ich fälle übrigens gerade Holz damit. Ich hätte das halt alles erklären können. Und... Während das Holz fällen ist das so einfach. Weil du nur Holz vermust. Ähm. Ja. Irgendwas hatte ich noch anzusprechen. Irgendwas... Wollte ich noch sagen. Ja. Genau. Ähm. Ja. Ne. Ich habe keine Ahnung. Was wollte ich sagen? Ich bin in Längen-Folge-Kürze-Folge-Kürze. Äh. Ich komme nicht oben an das Holz an. Das ist schlecht. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Krass. Ja. Genau. Wundert euch nicht, dass ich komplette Kackele habe. Wie gesagt. Ich bin tot. Ich bin todmüde. Ich bin, wie gesagt, den ganzen Tag unterwegs. Früh aufgestanden. Anstrengender Tag. Ich... Ich will eigentlich nur ins Bett, aber ich will euch halt diesen Content liefern. Und ich will nicht mehr irgendwie ständig mal wieder was ausfallen lassen. Deswegen bleibe ich auch einfach mal gerne länger wach. Mache so gesehen Überstunden. Und... Ja. Habe Angst vor diesen komischen Stimmen, die in so einem Haus rumlüngern. Alter. Das ist richtig... Das ist richtig creepy. Ohne Scheiß. Naja. Ähm. Was wollte ich denn noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Verdammt. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin runtergefallen. Ach komm. Ich baue ich irgendwann mal anders ab. Offscreen oder so. Obwohl, nein. Hier hole ich gleich noch den Baumstumpf da oben. Ähm. Genau. So. Das war es eigentlich auch davon erstmal von den Themen. Ja. Ähm. Genau. Was wir vorhaben. Monsterfalle. Nicht Monsterfalle. Cobblestone Generator. Umbauen. Wegen Schneemänner. Damit wir Schneemänner bauen können. Genau. Habe ich... Ja. Flo habe ich angesprochen, dass er jetzt nicht dabei ist. Weil er auch tot ist. Und... Ja. Wie gesagt. Guckt sich auf jeden Fall den Vlog an. Ist jetzt nicht so ein Meister-Vlog. So. Finde ich. Aber... Es geht eigentlich. War ganz cool. Ich weiß nicht. Flo hat halt Kameramann gemacht für mich. Aber... Er hat heute, was das Kameramann-Sein angeht, ein bisschen nachgelassen. Er hat heute nicht so gute Arbeit geleistet. Muss ich sagen. Finde ich persönlich. Weil er halt wenig aufgenommen... Also wenig wirklich so aufgenommen hat. Und dann auch nicht sich konzentriert hat auf das Aufnehmen. Sondern... Ja. Pokémon Go gesuchtet hat. Ähm... Aber... Egal. Ist trotzdem was ganz cooles rausgekommen. Und genau. Es war der erste Vlog, den ich mit Adobe Premiere geschnitten habe. Ich habe ja die Let's Plays mittlerweile schon mit Premiere geschnitten. Aber jetzt kommt auch der erste geschnittene Vlog mit Premiere. Und ich finde eigentlich dafür, dass das mein erster Vlog mit Premiere war, ist der ganz gut geworden. Muss ich sagen. Ich finde ihn in Ordnung auf jeden Fall. Ich finde ihn in Ordnung. Ich habe jetzt nicht noch mal eine neue Haxt. Für diesen Bumpel... Dein Ernst? Das ist noch so ein Scheißstumpf? Genau. Äh... Ich habe mich über Nacht übrigens mal eine Nacht... Ne, länger. Tag über auch. Nach der Aufnahme. Komplett nach der Aufnahme. Und dann noch die ganze Nacht durch und so. Noch ein bisschen Zeit länger danach. Ähm... Ja, auf Kader hinten in die Monsterfalle gestellt. Wir haben einiges bekommen. Wir haben einiges bekommen. Genauso wie wir einiges in Holz hier bekommen haben. Eieieiei. Das ist schön. Das ist sehr schön. Finde ich schön. Das sind noch Böking-Setzlinge. Schön. Oh, das ist schön. Das ist sehr schön. Wie lange nehme ich schon auf? Acht Minuten? Oh Gott. Ich nehme schneller auf, als erwartet. Okay. Genau, habe ich noch ein bisschen Brot geholt übrigens. Aber ja, ich habe halt nichts zu tun. Dachte mir so, ja komm, dann kann ich doch die Farm unten einmal kurz machen. Die beiden Eimer brauche ich. Genau. Dann brauche ich das Wasser und dann brauche ich die Lava, die hier drin fließt, oder? So. Da drin. Genau. So, dann habe ich mir nämlich überlegt, dass wir hier einfach einen Weg nach oben bauen. Also ganz stumpf. Ich glaube, ein paar Treppen haben wir noch übrig. Warum haben wir einen Huhn? Warum? Okay. Ich weiß nicht, warum wir da einen Huhn haben. Ist ja auch egal. Äh, ich mache den mal hier draus. Das ist, glaube ich, cooler. Könnte ich das wieder zurückpacken? Das kann ich zurückpacken. Und den Korbelstump halte ich mal eben. Bergbank. Machen wir mal hier von... Ja, komm. Okay, 40 Treppen ist ein bisschen zu viel, aber egal. Passt. Machen wir den Weg zwei breit? Ich glaube, zwei breit ist cooler, oder? Machen wir zwei. Nee, machen wir nicht. Dann müssen wir drei machen. Dann machen wir drei. Jetzt kommt das oben mit der Symmetrie nicht hin. Wie man schon mitbekommen hat, wahrscheinlich bei mir, Symmetrie ist ein wichtiger Faktor. Bei mir zumindest. Ich brauche richtig... Nee. Auch im Real Life ist das mega schlimm. Ich brauche Symmetrie. Das ist übel. Das ist übel bei mir. Das ist richtig, richtig übel. Kann ich Stone Slaps machen? Also, mit diesen Steinen hier. Ja, schön. Nee, machen wir mal nicht so. Zack. Machen wir nochmal zwei rein, so. Passt. Okay, jetzt habe ich die Dings... Egal. Ähm. Genau, dann wollte ich nämlich Enderman. Äh, haben wir... Warte, 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 warte. Hatte ich Cobblestone gefarmt? Ich glaube nicht, ne? Nee. Hatte ich nicht, hatten wir hier drin noch Stone oder so? Auch nicht. Hm. Damn, okay. Dann mache ich das so. Dann mache ich das so. Zack. 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 Fängt das hier an? Ich habe auf jeden Fall hier noch so eine Ebene länger. Da geht das hier so weiter, ne? Ups. Wo habe ich denn Stellplätze drin? Hier ist noch einer über. Genau, da ist dann Platz. Okay, hier geht es noch einen hoch. Da kann ich so einen setzen. Hier auch so einen drüber setzen. Hier auch. Zack. Kann ich mich da reinstellen? Dann muss ich mich hier reinstellen können. Zack. Nee, der ist kacke. Warte, hier kann ich mich reinstellen. Und hier reinstellen. Genauso wie hier reinstellen. Will ich den bitte wieder haben? Nein. Slap-Verschwendung. Zack. Genau, es war ja 5 in eine Richtung, ne? Glaube ich. Irgendwie. So. Ich glaube, so war das irgendwie. 3. 3. Okay, nein. 4. Okay, und 5. So, dann muss ich da drin stehen können. Hier kann ich einen drüber packen. Hier drin stehen. Glaube ich. Nee, warte, das ist in einer Linie, ne? 1, 2, 3. Genau, 3 in einer Linie. Okay. 1, 2. Das heißt, hier muss ich den haben. Kann ich so. Hier drin muss ich stehen können. So, genau. Kommt da wieder... noch ein Block rauf. Kann ich hier drin stehen? Block. Nein. Nein. Warte. Zack. Kann ich das so unter... Nee, das ist eine ganze... Egal, mach mal so. Kann ich... hier drin stehen? Super. Kann ich das so machen, ne? Genau. Ähm... So, und hinter mir muss ein Block sein, ne? Genau, irgendwie. So. Das heißt, da muss ein Block sein. Da muss da ein Block sein. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt fertig kriege, ey. Kann ich da drin stehen, glaube ich, ne? Das heißt, hier kommt ein Block. Hier drin kann ich stehen. Hier kommt ein Block. Also, wie hatte ich das dann? Dann hatte ich... Wenn ich hier drin stehe... Nee, hier war Wasser, ne? Scheiße, stimmt. Mann, hier fliegt grad wieder so ein Kackviech rum. Ähm. Und von hier oben floss das Wasser runter. Gut, dass ich Cobblestone dabei hab. Weil hier entsteht ja dann Cobblestone. Ups. Bei den Flächen. Da. Oh Gott. Und da. Nicht da. So. Genau. Irgendwie so war das. Hatte ich hier oben das Wasser, oder wie? Ja, so nicht. Denn der Cobblestone hier muss weg. Wasser nehmen. Genau. Kann ich den einmal abholzen. Das auch. Das auch. Das auch. Dann stelle ich mich hier einmal Slap. Cobblestone rauf. So, ne? Oh, schon wieder nicht richtig. Ist das dein Ernst? Hey, gib her. Meine Maus spackt immer noch rum, was Minecraft angeht. Klickt einfach manchmal doppelt. Ist mir ein bisschen doof. So, aber das hier ist nicht richtig. Aber da hatte ich ja Slaps drüber, oder so, ne? Moment. Das heißt, noch einmal bitte hoch hier. Slap. Genau. Irgendwie so hatte ich das, glaube ich. Ich mach mal kurz Slaps komplett außen rum. Och, dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ich verbaue mich hier ohne Ende. Ich bin da zu müde. Was ist das? Ich hasse meine Maus. Was ist das? Ohne Witz. Das ist total ätzend, Alter. So. Dann dürfte das jetzt aber richtig sein. Irgendwie so in der Art. Wenn ich jetzt das Wasser hier raufpacke. Genau. Das ist aber eher kontraproduktiv. Aber hier kommt ja auch noch eigentlich einer hin. Ein Klötzchen. So. So, genau. Dann hatten wir da in der Mitte die Lava. Wow, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das hat niemand gesehen, okay? Moment. Das hat niemand gesehen. Hat niemand gesehen. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Was? War Obsidian? Nein, da war kein Obsidian. Okay. Hä? 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 Oh, fuck. Nee, warte. Hä? Ich check. Warte, ich hatte vorher hier die Lava drin. Den Fleck, an dem ich abgebaut habe. Das heißt, wenn wir hier drin stehen, dann muss hier die Lava sein. Moment, ich mach das mal kurz im Creative-Modus. Das kann weg. Ich brauch nur einen Lava-Eimer. Danke. Zack. So, das muss weg. So. Zack und zack. 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 Das heißt. Zack. Nee. Nee. Immer noch nicht. Ach doch, warte. Hier fehlt einfach nur der Block drüber. Der Half-Step, ne? Moment. Ich weiß nicht, ich mach das kurz im Creative. Ich bin mir nur grad nicht sicher, wie ich das gemacht hab. Ich bin grad ein bisschen überfordert. So ganz leicht. Scheiße. Ähm. Ähm. Block rauf. Block weg. Wasser Marsch. Lava Marsch. Marsch. So ist richtig. Okay. Moment. Zack. 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 Hat niemand gesehen. Was? 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 Nein. Hier war nichts. Wie lange nehme ich auf? 19 Minuten. Okay. Ich kann gleich beenden. Oho. Oh, ich hasse dies. So. Zack. Gut. Gut, 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 gut. Ich will das jetzt eigentlich noch zu Ende bauen. Schnell. Ganz, ganz schnell. Oh, es wird langsam wieder hell draußen. Oh, das ist nicht dein Ernst. Ich wollte heute so früh, so schön früh schlafen gehen. Wisst ihr das? Aha. Ich mach das mal so. Sieht recht stylisch aus. Mehr können wir jetzt eh nicht machen. Ich berate über Nacht nochmal Stein. Also, ich farm nochmal Stein. Über Nacht, bis zur nächsten Aufnahmesession. Farbe ich nochmal ein bisschen Stein. Und. Ja. Berate das dann zum Stein, damit wir hier mehr Stein-Dings machen können. Würde ich sagen. Und. Das einzige, was wir jetzt nochmal machen können. Wir haben ja gerade so schön viel Holz gesammelt. Moment, nein. Wir brauchen nur die Kisten von hier unten. Hühnchen. Hühnchen. Ich weiß immer noch nicht, woher das Hühnchen kam. Ich weiß nicht. Irgendwie. Ist wohl auf einmal da, wie es aussieht. Ich mein, stört mich jetzt nicht. Da war halt ein Hühnchen. Hat jetzt keinen Ärger gemacht oder so. Ist okay. Wir brauchen noch eine Truhe. Haben wir noch... Da haben wir noch Holz, oder? Nein. Wow. Okay. Was mache ich denn? Ich hab noch Holz im Inventar. Ist das dein Ernst? Wir brauchen noch mehr Kisten, glaube ich. Ich, warte mal. Ich hab nämlich... Ähm, wie gesagt, ich hab mich jetzt zur Monsterfalle gechillt. Und. Ja, erstmal. Wir müssten die noch ein bisschen höher bauen, eigentlich. Damit Enderman auch nicht überleben. Und wir haben einiges davon. Einiges hiervon. Und sogar Eisen gefarmt. Ich denke mal, wir hatten verdammt viel Glück, dass wir so verdammt viel Eisen bekommen haben. Wir brauchen vier, ne? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, wir haben... Ja, Alter, wir haben so viel Eisen. Wir haben verdammt viel Glück gehabt, glaube ich. Aber mega viel Glück. Dass wir so verdammt viel Eisen bekommen haben. Herrlich. Ich find's schön. Ich find's echt schön. So schön viel Eisen. So, verdammt schön viel Eisen. Und das würde ich jetzt noch schnell da unterbauen. Das war doch... Hier muss der Trichter hin. Da muss die Kiste hin. Wenn ich die Kiste da hinpacke und den Trichter so da drauf packe, jetzt Steiner baue, kommt das hier in die Kiste oder nicht? Ich kann doch nicht an die Kiste ran. Kommt das an die Kiste? Ja. Okay. Kommt das in die Kiste? Super. Dann kann ich das jetzt hier auch noch schnell machen. Dann muss ich das nur irgendwie anders platzieren. So die Kisten anders platzieren oder so. Denk ich mal. So, dass wir auch rankommen können. Oder noch unten so einen Weg hin machen, dass wir was von unten abholen oder so. Ach, keine Ahnung. Ich gucke mal, wie wir das machen. Auf jeden Fall hat das funktioniert. Ich glaube, wir können auch noch so genug Trichter halt zur Monsterfalle machen. Und ja, Leute. Dann sehen wir uns bei das zunächst einmal wieder. Auch dann wieder mit Flo. Ich habe bis dahin das hier abgerissen und Steine gebrannt für diesen neuen Cobblestone-Generator. Haut. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Ach.